ARRAN Alles zufällig Da kann man reden Alle Lane, alle Champions sind zufällig Weiß nicht, hast du schon ARRAN aufgenommen? Ich hab zwei, ne Nein, hab ich nicht Also ich hab noch gar keine aufgenommen Ich hab eben ein Game bei mir aufgenommen Ein Ranked Game Mit Yasuo, könnt ihr euch ja reinziehen Auf meinem Kanal Ja, das Erste ARRAN Game, was ich aufnehme Das hast du ja auch, ne Ich hab Lust da und One For All aufgenommen Er ist kein ARRAN Ja, genau One For All, da gab's mein Profil noch gar nicht Das hätte ich auch oft genommen Wann ist Zeiten One For All Spiegelmaß Zwei, war zweifach? Drei, glaub ich Ne, ne, wann ist zwei? Eine Okay, ja, ist war gestern So, kann das Spiel mal beginnen Los, wir sind die BAM-Ausleitung Nunu, gib Gas Ne, Nunu hat bei mir 100% Nunu hat bei mir keine 100% Zilin hat bei mir 100% Ne, der hat bei mir auch keine 100% Der hat bei mir 95% Der hat bei mir 93% Jetzt hat Nunu 100% Get low, get low Get, hit me on the flow Sexy, Sau Nunu, Weiss, ich, du Cassio und Zilin Ich find Dr. Kinnin nicht allzu cool Ich auch nicht Aber er hat den Odyr-Skin Was? Dr. Kinnin hat den Odyr-Skin, genau wie Niederle Wie die Pulsfeuer jetzt geil hat Ja, und ich hab auch den Odyr-Skin Hört ihr euch fragt, woran wir das erkennen? Icons Da, 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 da Da, da Ja, ich hab grad vergessen, darauf zu zeigen, ansonsten Da, ich fand doch gar nicht im Game Wann ich im Game? Ne Loi, ich bin schon im Game Ja, ich jetzt auch erst, aber Das Problem hatte ich damals auch immer Ich bin immer erst, ähm, Sekunde 20 bin ich immer reingesäunt, erst ins Spiel Also jetzt, jetzt bin ich eigentlich erst gejoint immer So, komm, komm, komm Wir räumen auf jetzt Richtig Rustanz ich's dann Dann töten wir einfach Machen wir einfach auf das Blatt Wir machen einfach alle tot Oh ja Bitte, lass mich Oh, schade, ey Das wäre so geil gekommen, wäre da hätte echt einer gewesen Der wäre tot Jetzt erstmal halt die Bäcker-Spruch Ich weiß nicht, hast du das Spiel auf Deutsch? Ich hab's auf Englisch Ich hab's auf Deutsch, ich hab das mit Bäcker gehört Ja, ich versteh das ja auch, aber Ich hab's halt auf Englisch Ich kann dir ja vorstellen, was der sagt Ja Weiß es ja Weil er wollte schon immer ein Bäcker werden Oh mein Gott, wir haben einen gegnerischen Zin, wir haben einen gegnerischen Zin, oder? Nee, zu unserer Ich hab grad Angst bekommen, ne? Du hast geflasht Echt? Ja Okay Warum das? Genau Frag ihn, nicht mich Warum bist du geflasht? Ich glaub, ich hätte, glaub ich, bis dann wär ja nicht geflasht Niali ist aber auch richtig OP hier drauf Ja, Lux aber auch Pantheon, darüber kann man sich streiten Na, aua Nee, wir hören ja genauso Aber, ähm, wer auf jeden Fall ganz sogar abkackt auf der Map hier ist Nasus, weil der kann einfach nicht stacken Sein natürlich, du hast ein gutes Team und du lässt ihn einfach stacken Ja, guck mal Of course I know Auch nicht Darum nicht Alter, ich musste nur mal Na, ich hab grad den Nunu gefackt, warum er geflasht Ja Ich musste nur einmal den Stunt treffen Und es ist mindestens einer tot Dann spring ich einfach nochmal rauf und ist einfach nochmal gestunt und Ich mein, mit meiner E-Wu, muss ich nochmal gestunt Was ist denn schloss? Äh, Kastopiler nutzt ihre Range nicht aus Wie er dauert? Einfach rein Ich hab die noch nie gespielt Kastopiler hat einfach so eine OP-Range Ich weiß, ich weiß, was es Kastopiler für gute Support ist Jo Guck mal, ich geh einmal rein und schon sterb ich fast Aber dabei ist auch der Sänger auch fast gestorben Ich bin fast alle gestorben. Du bist fast alle gestorben. Nudu? Wird es hilft Nudu? Ich bin mal reingegangen. Oh, wie ich gerade der Kassipire einfach das Leben genommen habe. Also, das Leben, was man hier aufnehmen kann. Das nicht, Freunde. Oh doch. Warum wird Tijix die ganze Zeit die Geraten? Weil sie vielleicht stecken bleiben, da sie uns töten kann. Ja, aber er ist schon so dumm und läuft dennoch rein. Ich. Und ich auch. Also, Nidalee macht aber noch gar kein Damage, oder? Die wollen ja auch noch nicht einkaufen. Ja, aber eigentlich macht die trotzdem ab Level 5, so macht sie eigentlich schon Damage. Vielleicht geht sie mehr auf Heal. Das geht ja auch. Ja, natürlich geht das, aber... Sehr dämlich, finde ich. So, der Leider würde man Poe Damage gehen, eigentlich. Außer als Support, ne? Ja. Nee, als Support gehe ich auch Poe Damage. Damit ich dem ADC den Kill geben kann. Weil du machst jetzt einen Schwer und der ist in Half-Life, dann kann der ADC einfach Last Hitten. Dann gehe ich eigentlich mehr auf den Dings. Ja. Und hier. Vielleicht nicht so. Und auf die Fallen. Ja, das ist ja automatisch mit deinem AP zusammen, ne? Wenn du auf die Fallen gehst, gehst du automatisch mit auf den Speer. Ja. Aber unser Senior macht Damage. Das hört sich mir so vor. Ey, wir spielen 1-0. Weil nur nur YOLO rennengerannt ist. Ui. Ey, das war nicht fair. Nö, das war nicht fair. Ey, ich kann der Kill ich dir. Ne, 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 da steh ich nicht ein. Jetzt einfach wieder die ganze Zeit Flay. Ja. Keils, fucking Luh. Ich hätte ihn grad töten können, aber ich hätte Flaschen müssen. Tch. Ja, genau. Das gleiche habe ich mich auch grad zugegeben. Ja, gut. Nunu. GG. Gut, Nunu ist doch tot ohne zu Flaschen. Ja, Nidalee ist schwer, deshalb verstehe ich. Fuckin' Kappa. What the fuck? Es ist Nidalee's Job-Speckel zu wenig. Ja, verstehe einige nicht. Naja. Ja. Ha, Stunt doch nicht. Scheiße. Mal gucken. Kommt schon. Die einfach nicht laufen. Also, dass die einfach nicht zu uns kommen. Zum Beispiel der Sinsau, der kann eigentlich gar nichts gerade machen. Eigentlich auch nicht so wirklich, aber... Ja, wozu noch ran? Kann Speere werfen. Ich treffe aber nicht mit meiner Kill, weil ich dumm bin. Das... Wie ich einfach eiskalt eigentlich... Ähm... Die W blocken könnte. Ja, ich kann kurz sagen. Durch... Durch meine Passive, aber nö. Nö, ich geh einfach mal zur Seite. Meine Fresse, ey. Oh, nö. Tom, das war nicht fair. Natürlich, das war mein Goalty. Ja, aber du hast die viel zu oft. Das ist uncool. Tot. Oh, schade. Nicht mit mir. Diesmal nicht. Was? Dann hab ich echt so lange gewartet, dass du den so runterhaust, dass ich den einfach nur den DQ lasten kann. Ich hatte keine Mana, das ist das Problem gewesen. Schön ungefähr. Ich wollte nochmal in der E rauf schießen. Ach, die Cassiode. Der einzigste, die grad vollkommen attackt. Warum bleibt die Jinx einfach stehen, wenn sie grad ein Schwert bekommen hat? Egal. Egal. Nicht drüber nachdenken. Wer muss schon nachdenken? Ich nicht. Doch, nee, das Teamblock doch nicht. War doch mal so, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jeder Ability war oder bei bestimmten... Bei Autohits bin ich mir sicher. Ja, von Autohits bin ich mir sicher. Ja, das bin ich mir auch. War es anscheinend bei Abilities nur bei Ezreal so. Nee, bei Talon halt auch. Ich geb dir mal ein paar Kills. Diese Ulti! Hast du die grad gesehen? Nee, aber guck mal her. Woher? Du kommst ja nicht durch. Du bist hier nicht schlank. Leute. Nee, die Jinx hab ich irgendwie das Gefühl, dass die gar nicht... LOL, ich werd hier dauerhaft gehealt. Ey, wie nice ich sag's denn. Oh, ich hab 3-0. Du kommst ja überhaupt mit? Nööööö, ich hab... Ich, ähm, ehm, ehm, fehle nicht so unbedingt die Kills auf Arara. Ich hoffe einfach nur, dass unsere Teamsituation gut ist. Und die ist ultra gut. Oh mein Gott, dann auf deine Ulti? Ich hatte keine Kiwi, aber... Oh, schade. Oh, Kassi, Papier macht kill. Okay, haben sie uns gepusht. Ich habe eigentlich Items kaufen gehen, was kaufen wir denn als erstes? Zylian, egal. Welche AP-Helden haben die? Hennen, ne? Scheiße, ich habe die Mauer verkackt. Ja. Da habe ich die Mauer verkackt. Irresistenz. Soll ich mal reinspringen? Wenn ich meine Realty da drin habe, könntest du? Ja. Mann, kam einfach keiner zu Hilfe. Du hast jemanden getötet. Ja, den Nunu. Durch mein Speer. Der ist einfach über mich rüber geflasht. Oh, unser Zylian hat lagst. Das ist auch sehr gut, habe ich zumindest zugehört. Ich habe eher das Gegenteil gehört, aber wenn du das meinst... Naja. Einmal einen Sprung umsonst gemacht. Komm, Freakill! Cannon! Ich bin zu weit weg. Nein, 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 nein. Der ist doch nicht Flash-Ulti machen können? Nein, ich habe keinen Flash. Ich habe keinen Scheiß wieder gefunden. Wollen wir beide machen mit- Wir wollen bei allen Dingen Magenwilds an den... Nice. Und... Oh, schade! Alter, haben wir gerade 4 damage zusammen gemacht. Kannst mal sehen. Oh, ich war definitiv der Bessere, weil ich den Kehl gemacht hab. Achso, ja tut mir leid. Einfach die Mauer vorhin setzen. Achso, ja, hier hat ein Hehl, den ich mir gemacht. Oh, no, Prost. Ich hab eine passive. Ihr seht nicht so aus. Oh nice, jetzt hab ich den Kehl abgelassen. Du musst Danke sagen. Danke. Oh, oh. Scheiße. Nein, Siljans Ulti. Och Manu. Warum bin ich nicht verreckt? So kacke. Um die Ulti zu aktivieren? Ja, ganz ehrlich, um die zu aktivieren. Siehst du, das verärgert ihn nämlich. Ach Mist. Verrecken sollen. Was ist hier? Tot. Oh, 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 oh. Ist doch just die W von Panzer So dass man die W von Panther nicht auf'n Verbündeten machen kann. Also so, dass er halt nicht gestunt ist, aber... Zum Beispiel so wie Jax... Oh, wie heftig das einfach ist. Oh, 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 oh. Was ist da los? Oh, 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 oh. Jetzt hole ich, jetzt hole ich aber hier auf. Ich hole hier einfach Double-Kills, Triple-Kills, Multi-Kills, Centa-Kills. Was ist da einfach los? Das ist mein Job. Oh, warte, 80 Sekunden habe ich auch noch einen Heal. Oh, what the fuck, Alter, wie ich hier gerade nur geheilt werde? Das ist das mal 30. Das war... Und ich, das war meine ich... Ich habe gerade Ping-Lex. Ja, du lebst aber bis im TS. Echt? Ruhig, dass ich langsam wieder... Das ist jetzt mal kurz anders hin. Vielleicht bist du daran, wie ich sitze, dass ich mein Computerrad behindere. Ja, geht schon wieder, 30. Mal schauen. Das ging vorbei. Ich kann so Hardcore-Team-Gangs machen, Hardcore-Team-Engages machen. Wenn ich jetzt mit meinem Stunt treffe, dann muss ich die ganze Zeit nicht tue. LOL. LOL. Ja, nice. Er Stunt mich, aber benutzt er einfach gar nicht erst aus. LOL. LOL. Schade. Tja. Ja, jetzt habe ich das, jetzt habe ich es ausgenutzt. LOL. LOL. Wie geil. Oh mein Gott. Good Job. Dann können wir mit der Ulti ausweiten. Wir haben auch von dir noch nicht gemacht. Ja, ich habe zuerst Silian's Ulti halt komplett ausgenutzt. Dass ich halt schon wieder eine Umsatz-Ulti von ihm habe. Dann habe ich mir gedacht, okay Yolo, lass einfach mal deine Ulti noch mit rein. Ich habe einen 9 zu 2, Alter, what the fuck. Ah Mist. Ich habe einfach die E von dem Nunu. Einfach Instant-Kill. So, jetzt müsste ich Andy einen Schaden machen. Was machst du endlich mal Damage? Nenn ich so der Liebling von Fasting-Vogel. Warum? Nee. Ich weiß es nicht. Ich finde, der macht einfach überhaupt kein Damage. Du machst ja ganz gut Damage. Ich weiß. Hat er schon 5-2. Aber unsere Teamsituation ist auch übelst krass. Nein, warum hat ihm kein Silian geholfen? Ach Leute. Alter, wir spielen 26-9. Den haben wir so in der Tasche. So, ich habe gerade getowered mit meiner Ulti. Was? Na komm her. Wo ist du? Vorne. Das sind wir nicht freundlich für den Applaus. Ui. Na, guck mal, ob mein Speer genauso viel Damage macht wie von, ähm, X-Failer. WTF? WTF? Meinst du meinst dann gerade, oder was? WTF? Unsere beiden Abilities gerade. Das ist aus, ey. Ich habe gerade so den Schraube gezogen, habe ich gedacht, das wäre mein Damage. Das ist aus, als hätten wir alle die gleiche Ability gehabt, ey. Das hat aber gut Damage gemacht. Boah, ey, den haben wir gerade runtergezogen. Oh, scheiße. Die gehen wir einfach so ab gerade. So heftig. Hahaha, mein Heal. Oh, sorry. Oh, ist egal. Leute, was macht die? Leute. Ah, die hat kein Damage bekommen. Tja. Oh, P-Heal, ne? Ich treffe einfach nicht mehr mit meiner E. Ich bin so blöde. Aha. Mann, ich bin endlich mal mit meiner... Oh, macht mein Dings Damage. Der Sperr? Ja, kann ich schon... Ja, der macht gut Damage. Du bist auch gefiltert, bist du? Ich bin aber nur. FAT. Du bin der. Sorry. Ich dachte mal ne Passives an. Oh, ne. 20 Sekunden. Ohahaha. Ich riech'n Ass. Kein Ass. Schade. Nee, aber ich rieche grad die Chance zu sterben. Ist OP. Der Enemy ist nicht OP. Ach, Manu. Siehste, der ist nicht OP. Mist. Also, Silian seine Ulti war abgelaufen schon. Ah. OP, Enemy ist OP. Hä? Ja, wir sind OP. Das wissen aber auch. Ja. Warum sind wir OP? Hä? Weil wir ein bisschen gefichtet sind. Warum sagst du eigentlich gar irgendwas? Komm, jetzt hast du die Chance. Hast dich genutzt. Aber bist du tot? Ja, durch unseren eigentlichen Supporter, aber... Äh, Besserwisser. Äh. Mach nach, zwölf hier. Ich hab 8-3. Scheiße, das hol ich da sogar noch. Egal, jetzt stehe ich jetzt jeden Kill, den du... Auf dem du ne Chance hast. Nee, nee. Hast du eigentlich schon mal Watch Dogs gespielt? Nee, ne? Nope. Ich kauf's mir irgendwann noch mal so. Geile Spiele, sollte ich schon mal sagen. Das... Glaub ich. Also es gibt sogar einen Online-Modus, da wo du einfach... Ähm, Online-Missionen machen kannst. Und so wie bei GTA 5. Kaufst du die GTA 5? Für PC? Ich hab's, ich hab's ja schon. So. Das ist nicht. Mein Gott! Ich muss schon wieder sterben! Ich muss sterben! Lass mich sterben! Danke! Und jetzt Ulti! Ulti! Ja und... Du stirbst kennen! Nö, ich hab das nicht fair! Das ist auch nicht fair! Alter! Damage! Wer? Ja! Du! Anivia macht gut Damage! So ein Hassling-Vogel machst du gut Damage! Pfff! Überhaupt nicht der Fan von Anivia! Ich weiß es aber auch nicht warum! Bei mir hat sie einfach überhaupt kein Damage gemacht! Aber ich... Du kennst ja diese eine Kombu, oder ne? Ja! Die UE? Oder wie war die? Q, E oder Ulti E? Also so gesagt, muss eingefroren sein damit du... Ja, du musst ein Stun oder Slotten! Du hast gesagt, du machst das Ding an jeden gesloten... ...enemy Damage! Doppelchen Schaden! Also so gesagt, könnte ich einfach ein Stun und dann machst du mit deiner E... ...einfach Ulti Damage! Nee, es muss von mir kommen! Das ist sehr langweilig! Also so wie jetzt von der Blank DQ! Oh, diese Nidalee gerade! Agnivia! Nein! Tja! Schade! Oh, was ist denn da? Hab ich den Ehrgeistab schon... Okay, okay... Okay... Ich habe... ...300! OP! Find ich doch gewöhnt! Find ich sehr gut! Na, Jinx? Kommst du her? Du kleine Schlampe? Komm her! Der hat eine Ability von mir! Alter, ich mache Good Damage! Ich habe gedacht, ich schaffe es noch mal, weil die Jinx, die ist einfach, ich habe davon gekonnt. Oh Leute, die holen uns auf. Meine Tode holten auch langsam meine Kills auf. Hä, was macht denn, was macht der Nunu? Hier ist das ein verkockster kleiner Junge. Der weiß einfach nicht, was er machen soll. Ach, schau dich da, das wird ab. Ist der auch zu geil. Aber ne, kann eigentlich nur Braum und, ja so, ne? Ja. Abwehr mit der Mauer. Glaublich. Dabei Braum wird der Schaden stark minimiert. Ist schon, weiß ich. Abwehr war doch schon draußen. Da fightet alle meine Ulti, come on! Nein! Ach man, meine, meine D-Klasse klemmt. Im Detail. Und dann kam mal meine Mephift mit dem Einkill. Bı Psychology. Sie hatten den Earlyfeed. Pfff, Puddley, Schaar. So, Kastroger. Überleg, gibst du ihm eine Speer? Nice. Gibst du noch eine Speer, dann kann ich ihn töten. Dankeschön. Du kannst sogar rein theoretisch nur seine Ulti übersammeln. Ich hatte ihn weg, glaub ich, keine Ahnung. Bin da! Früh, aber er kommt. Pantheon oder Anivia, mehr Stärke. Okay. Ist aber wirklich mal eine gute Folge. Mann, ich will mal gerne, mein Damage, Damage mal gerne testen. Warum gibt die, ähm... Tanki? Wer? Wie geht die Tanki? Oh mein Gott! Alter, nee, die, ähm... Canon, die gibt Tanki. Warum? Ist Canon nicht ein Kale? Ich weiß nicht, was sie ist. S. Ja, ist ein S. Ja, ist ein S. Boah, über AP haben wir doch keine Ahnung, worum die Tanki geht. Wird sie doch nicht, frag sie doch. Jetzt, ich werde erschreckt gerade. So, der, ich tutel. Boah, ich hab grad Lacks. Du, 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 du. Würde die Canon nicht ganz so tankend sein, würde ich sie, glaub ich, töten. Nein, der hat sich eine Riesengebüte gekauft, warum? Warbox! Nee, ich mach's mal weg. Schade. Oh Leute! Ja, ich, ich, ich sterb einfach derzeit nur. Immer der Erste, der reingeht, und der Erste, der wieder raus ist. Ja, wegklappen können. Dammit! Dammit! Ich war ja geslout, deswegen konnte ich dir ja nicht helfen, das war ja ohne. Großes Problem. Ich muss jetzt genau da hinspringen. Nee, 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 ich spring doch nicht. Mann! Ich halte mich jetzt mal ein bisschen mehr zurück wieder. Wir können die locker besiegen. Ja, meine Speer macht eigentlich ganz gut Damage. Meine Ulti auch. Mein Mein Speer, Nidalee Speer. Meine Ulti. Wir müssen es wieder schaffen, alle meine Ulti zu... ...stunnen. Dann haben wir gewonnen. Ist das jetzt eigentlich schon? Wie spät ist es? Ja. Let's go! Ich hab, ich hab Ulti. Ha 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 ha. Warte, ich mach den. Geh weg. Passt. War schon fast gut. Wir ihn ja auch alle haben wollen, ne? Arschloch! Nein! 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 Aber du bist Arsch! Oh mein Gott! Nice, ey! Okay, und? Ciao, bis zum nächsten Mal! Jo, tschüss!